Di-di-di-di-di-di Nina Di-di-di-di-di-di Lotte Di-di-di-di-di-di-di-di-di Da muss man dabei gewesen sein. Di-di-di-di-di-di-di Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Hallo, na, guten Tag. Grüß dich. Grüße. Wir machen diesen Podcast hier, weil uns irgendwann mal aufgefallen ist, dass Menschen immer wieder in Situationen geraten, in denen sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Ja, in denen sie sich wünschten, etwas zu sagen, zu können, sagen zu haben oder eine geile Geschichte auf Lager zu haben oder einen coolen Spruch, irgendwas, das sie aus dieser beschämenden Situation retten könnte. Wir erfüllen euch heute hier, also wir schließen diese Lücke, wir kümmern uns darum, dass künftig nie wieder diese Situation in eurem Alltag entsteht, dass ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, weil dieser Podcast hier liefert die besten Geschichten, Kurzgeschichten, Anekdoten, Funfacts, was auch immer. Jeder einzelne Satz ist eigentlich Gold wert, wie wir hier sprechen. Ja, alles. Für genau diese Situation. Alles, was ihr hier hört, könnt ihr in eurem Alltag in genau diesen Situationen anwenden. Das heißt, wenn ihr mal im Fahrstuhl seid und da ist so eine eklige Stille, droppt ihr einfach eine Geschichte aus unserem Podcast oder im Bewerbungsgespräch, erzählt mal was über euch, dann sagt ihr einfach, ja, mir ist letzte Woche das und das passiert und erzählt irgendwas aus dem Podcast. Und ihr werdet in weniger, in, ich würde sagen, drei Tagen, werdet ihr schon merken, dass sich euer Leben verändert. Die Leute kommen auf euch zu, die Leute, Followerzahlen werden steigen zum Beispiel, aber auch Freunde in der Realität, Straßenkredibilität wird steigen. Alles Mögliche, was ihr euch wünscht, wird einfach geiler. Ja. Ihr könnt diesen Podcast auch empfehlen, weil das, selbst das hilft und Anhören hilft auch. Das hilft der Menschheit, ne? Also es hat überhaupt gar nichts, wenn es zu einem besseren Ort ist, einfach so. Es hat überhaupt gar nichts mit uns auch zu tun, ne? Unser Podcast wird mittlerweile auch in, mittlerweile sind es zwölf verschiedene Sprachen schon übersetzt. Genau. Weil das natürlich auch über Ländergrenzen hinweg. Es geht um die Welt, den besseren Ort, einen besseren Ort draus zu machen, den Planeten auch irgendwie zu retten, so. Genau. Das ist unsere Mission. Und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ja. Und genau, Lotta, heute hier, ich bin ganz aufgeregt, weil wir gerade was zusammen erlebt haben. Wir kommen von einem Event. Wir kommen von einem Event und zwar, ich wollte da schon immer mal hin, zum Maskottchen-Treffen. Das findet jährlich am 3. Oktober in Chemnitz statt, bei der Parkeisenbahn. Der Gastgeber ist die Parkeisenbahn-Maus Klaus. Und Klaus lädt jährlich die ganzen anderen Maskottchen oder Großpuppen aus der ganzen, aus ganz Deutschland ein, zu sich nach Chemnitz, zur Parkeisenbahn. Und dann gibt es dort eine Maskottchenparade und so und es wird das schönste, also das beliebteste Maskottchen gewählt. Die Leute können abstimmen. Ja. Und ich dachte so, Alter, das ist ein mega Event. Ja. Ich muss da hin und ich habe es die ganzen Jahre nicht geschafft, weil wir immer weg waren. Dieses Mal war es das allererste Mal und ich bin extrem hyped hingefahren. Ich konnte gar nicht schlafen letzte Nacht. Ja. Ich habe dich mitgenommen natürlich, weil wir uns das beide nicht entgehen lassen wollten. Klar. Und habe schon gesehen, okay, es ist 25 Jahre Maskottchen-Treffen. Da dachten wir so, okay, was passiert da, ne? Die werden ja wahrscheinlich da was Besondereres. Ja, das kann ich dir sagen, die hatten, haben sich nicht lumpen lassen, die Parkeisenbahn-Maus diesmal auf der Gästeliste mitgehabt, einen absoluten Special Guest und zwar den Sandmann vom RBB. Also das war wirklich ein Stargast. Da ist mir kurz mein Herz stehen geblieben, als ich gesehen habe, wie der da über die Wiese geschlurft kam. Also es war natürlich nicht nur die Parkeisenbahn-Maus-Klaus, sondern natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Maskottchen. Das war das Besondere. 24 andere Maskottchen. Das war heftig. Das war heftig, ja. Epic war das. Und ich komme ja aus der Branche. Klar. Also ich war ja selber mal der Hustinettenbär. Maskottchen. Ich war für eine Apotheke in Chemnitz, habe ich draußen in der Fußgängerpassage als Hustinettenbär agiert und habe Kindern Hustinetten-Gummibärchenpackungen gegeben und immer gesagt, hier in der Apotheke das und das. Deswegen kenne ich mich ja in der Branche einfach aus. Und vor allem habe ich mich gefreut, weil ich natürlich auch viele KollegInnen von damals, von meiner Zeit als Maskottchen einfach wieder abgrößen konnte. Und es war ein bisschen mies bei den Maskottchen. Das hat man auch gemerkt, so ein bisschen. Der Sandmann stand immer etwas abseits, weil natürlich waren alle ein bisschen angepisst. Starstruckt auch einfach. Das oder halt angepisst, weil der Sandmann die anderen Maskottchen so ein bisschen in Schatten gestellte. Es gibt immer so freiwillige HelferInnen bei der Parkeisenbahn. Das sind so ganz kleine Kinder. Die machen auch die Durchsagen in Chemnitz und so. Die sagen dann, der Zug setzt sich gleich in Bewegung und dann Glocken. Bitte entfernen Sie sich vom Gefährt, gleich geht es los. Und da sind zwei so kleine Kinder an uns vorbeigelaufen und haben gesagt, ja, toll, niemand kauft hier Merch von unserer Parkeisenbahn-Maus Klaus, weil alle nur wegen dem Sandmann da sind. Ja. Da habe ich gemerkt, der Sandmann, der ist ein bisschen, also, und man munkelte auch. Die anderen kennen sich schon, die anderen kennen sich schon und der Sandmann kam so ein bisschen von außerhalb dazu, ne? Genau, so aus Brandenburg und war so ein bisschen der, ja, wir mögen ja schon in Chemnitz so ein bisschen, wenn es auch ein bisschen regional bleibt und vor allem so ein bisschen bodenständig und dann holen die so einen Megastar aus Brandenburg, so einen Sandmann. Und ich habe auch gehört, man munkeln ging über die Kirchwaldwiese, dort wo die sich heute getroffen haben, dass der hier mit einer Limo mit verdunkelten Scheiben ankam. Groupies. Ein extra Backstage hatte, einen übelst krassen Rider, wo, keine Ahnung, Shampoos drauf stand und so, also der hat das, man munkelte, auch raushängen lassen, so, ne, der Sandmann. Dann war aber noch, also, ich habe hier so viele Kumpels wieder getroffen, zum Beispiel Emsi, die Ameise vom ASR Chemnitz, das ist so ein Abfallentsorgungszentrum. Aber auch Schorsch, das ist unsere Esse, also Schornstein, deswegen Schorsch. Schorsch von 1 Energie, eine Esse, der Lulatsch, wie wir in Chemnitz sagen, die bunt angemalte Esse, der war vor Ort, mit dem habe ich mich immer mega verstanden, so, ist ja auch erst neu in der Branche. Und dann gab es aber zum Beispiel noch den Grünspecht Hübschmann von der Chemnitzler Siedlungsgemeinschaft oder die Tanzmaus Emi von der Tanzschule. Also es waren, warte mal, ich will mich mal kurz über das Event. Ja, ganz kurz, ich wollte erzählen, da gab es nämlich einen, das wollte ich erzählen, vom BSV Sachsen-Zwickau, den Sachsen-Leo und der war mega nervig, oder Lotta? Der war so, ich finde, der war wie ein übergriffiger Typ im Club, generell. Der hat sich auch voll immer ins Rampenlicht gestellt, wenn ein anderes Maskottchen vorgestellt wurde, hat der vorne so getanzt und so. Ich finde, ein Maskottchen muss ja, von der Art her, müssen die ja immer so ein bisschen so zu Kindern sich einen High-Five holen, da irgendwie entertainen und so, aber das hat alles auch so was Übergriffiges, finde ich. Ja, voll, und der war, der hat so, der war so wie so der übelste Macker, der hat gedacht, der ist das coolste Maskottchen, fand ich unangenehm. Schorsch war zurückhaltend, der weiß, dass er cool ist, aber ich bin ein Fan von Entertainment, ich bin Fan von der Bühnenpräsenz und so und ich habe 25 Jahre, da dachte ich, was haben sie aufgefahren? Klar, die haben einen Special Guest, sein Mann, ist schon mal geil. Und dann hatten die da eine kleine Bühne aufgebaut und da sollten sich die Maskottchen präsentieren und da muss ich mal sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil wenn du jetzt zum Beispiel von irgendeinem Boxclub ein Maskottchen bist, dann gehst du doch auf die Bühne, da kommt ein Song und dann musst du ja auch mal so Boxbewegungen machen. Die haben alle überhaupt nicht, da gab es auch eine Tanzmaus von der Tanzschule, die hat nicht mal getanzt. Also weißt du, wo ich sage, wenn du von der Tanzschule das Maskottchen bist, dann musst du da doch mal abgehen. Ja. Tanzen. Breakdancen. Also wirklich, es gab nur ganz wenige, die dann thematisch passende Songs hatten, da fand ich, das war ein bisschen schwach. Manche waren auch ganz unsicher. Das Ding ist, man muss, Leute, das kannst du nicht wissen, weil das ist nicht dein Themengebiet, habe ich den Eindruck. Um dir das mal ganz kurz zu erklären, es ist natürlich so, das ist ein übelst krasser Job, weil du ein extrem, bei manchen Kostümen hast du ein extrem eingeschränktes Sichtfeld. Ja, das weiß ich ja. Es gab einige Maskottchen, hatten sogar BetreuerInnen mit dabei, also ein Kind oder eine erwachsene Person, die dann noch am Arm immer so geführt hat, weil die ganz eingeschränktes Sichtfeld Das ist mir schon klar, aber einfach auch schon die Songwahl. Also zum Beispiel Sandmann, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen irritiert. Sandmann hatte von Sandmann, lieber Sandmann, eine übelste Hardtack-Version mit, das fand ich Hammer. Da kann man so. Ja, aber irritierend, Limbo vom Limbo-Ma, von einem Schwimmbad im Limbach-Oberfrohna, stellt sich vor und es kommt tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Mal ist nichts passiert, verstehe ich auch nicht. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Das eine war so ein Song, wo so, eine heiße Nacht, liebe, 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 liebe. Also, das habe ich dann auch nicht verstanden. Also weißt du, ich finde, das muss man ja durchziehen, weil ich war dann natürlich dort und dachte so, okay, wenn das Atomino wieder seine Pforten öffnet, müssen wir eigentlich schon ein Atomino-Maskottchen dort haben und da, also da war ich so wie, okay, also da lassen die einem wirklich leichtes Spiel, da ein absolut cooles Maskottchen zu sein und ich finde auch, es gab zum Beispiel auch Maskottchen von so diversen Städten und das war dann so zum Beispiel der Turm aus der Stadt als Maskottchen, fand ich auch immer cool und mir ist aufgefallen, ich mag auch wirklich nur die, wo der Körper, also wo du nicht siehst, dass das was Menschliches ist. Zum Beispiel der eine, das war einfach ganz normal ein Mann und der hatte nur auf dem Kopf einen, keine Ahnung, Tiger und ich war so wie, das ist irgendwie, ich mag das nur, wenn das so richtig abstrakt ist, wenn du nicht mal, ne? Und ich weiß nicht, da habe ich schon gemerkt, es gab ja auch eine Abstimmung, das müssen wir uns erzählen lassen, wir mussten dann früher los wegen einem Podcast machen, wer da gewonnen hat, aber ich muss sagen, Performance-mäßig habe ich da ein bisschen mehr erwartet. Ich fand es einfach nur geil, ich fand es von vorne bis hinten geil. Ja, aber da war das trotzdem Luft nach oben rein, Performance-Technik. Ich finde das auch, mir hat das sehr gut gefallen, dass die auch immer so, vor allem wenn man die Maskottchen beobachtet, die gerade nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen und dann hinten so wortwörtlich ihre Rolle irgendwie verchecken und dann hinten so gelangweilt irgendwo auf so einer Treppe sitzen, so ein angepisster Panda, der irgendwo hinten in der Ecke kurz steht. Der Schorsch ist ja in Schornstein und der hat zum Beispiel mit seiner Hand wie so eine Rauchbewegung gemacht, das fand ich zum Beispiel, war ich so wie, ja, check ich. Und unter den Maskottchen gibt es, merkt man, Freundschaften, Feindschaften gibt es, das habe ich auch gemerkt. Ja, wurde sich auch geärgert. Und ich bin jetzt ein paar Jahre raus, deswegen habe ich auch ein bisschen den Anschluss verloren, aber ich werde auch auf jeden Fall, mir kam halt die Band dazwischen, blöderweise. Ja. Sonst hätte ich meine Karriere auf jeden Fall weiter verfolgt. Richtig, ja. Woanders hingefahren, was mir auch gefallen hat, was ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, eine Hörerin, war ja früher immer als Maskottchen mit auf so Events, also hat getanzt im Hintergrund von SängerInnen. Ja. Und das stelle ich mir ziemlich geil vor, da tourst rum, hast auch Backstage und so. Jetzt im Winter stelle ich mich auch nicht… Da kombiniere ich einfach meine zwei Leidenschaften, Maskottchen und Musik. Kann sein, dass du jetzt auf der Bühne immer als Maskottchen bist wahrscheinlich, ne? Ich würde es nicht ausschließen. Ja, und vor allem, ich denke so im Winter, im Winter stelle ich mir das gemütlich vor. Also weißt du, im Sommer hat keiner Bock, da musst du die Lüftung drin haben und es ist heiß, aber heute war ich fast ein bisschen traurig, dass ich nicht so einen Turm anhatte als Kostüm. Aber ich wollte ein Foto machen mit Maskottchen und hab mich nicht so, also es war so eine Überwindung zu fragen. Alter, ungelogen. Weil ich das so, ich weiß nicht, wie ich die Person ansprechen soll, weil ich weiß nicht, sieht sie mich? Ist die Person privat da? Dann hab ich gedacht so, ey, das ist gerade Job, die ist ja auf Arbeit hier in der Parade, dann war mir klar, okay, eigentlich sind die auch da, damit man Fotos machen kann. Alter, Lina, ein Maskottchen, das ist so krass. Die wollen High Five, Bounce, die wollen Fotos machen, die wollen, das ist ja der ganze Werbezweck, ist ja, dass da kleine Kinder Fotos mit denen machen und die Gummibärchen verteilen und dann war Lina so, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach noch ein Foto fragen kann. Ich weiß nicht, Alter, willst du mich verarschen? Also das Maskottchen war jetzt nicht privat, gerade hier in der, keine Ahnung, in der Kneipe und du warst so wie, hey. Der Sandmann wollte eigentlich gerade privat mit seiner neuen Freundin essen gehen und ich komme an den Tisch und frage nach einem Foto. Genau, so war es ja nicht. Die waren auf einem Event, die waren auf einer Veranstaltung, da stand Autogramm und Fotostunde und du hast dich nicht getraut. Ich hab mich selber nicht gewundert. Verstehen wir die Leute, die alle, die sich bei uns manchmal nicht trauen, kannst du dich da jetzt mal hineinversetzen in die Fans? Ja, es war eine absolute Hürde, weil ich glaube, ja, man weiß ja auch gar nicht, wer da runtersteckt. Ja, das ist doch, und vor allem noch, also man sieht ja nicht mehr deren, also im besten Fall sieht man nicht mehr deren Gesichter. Ich habe dann nicht mehr teuren Gesichter und habe gesagt, kann ich mal ein Foto mit Schorsch. Und das war ja, da habe ich ja dem Maskottchen eine eigene Wahrnehmung oder sowas abgesprochen und habe direkt einen teuren angesprochen. Na, weil ich muss, ich habe daran gedacht, dass ich immer für einen, wir haben ja schon mal über Maskottchen slash Großpuppen geredet, im Podcast, wir reden da ja immer mal drüber, weil es einfach ein geiles Thema ist. Und da habe ich für einen Podcast-Titelbild, habe ich mir aus dem Internet gerappt ein Bild von irgendeinem Maskottchen und dann habe ich das bei Photoshop, habe ich so ausgeschnitten und habe halt so rangezoomt und dann war das übskosig, weil dann plötzlich, das war keine Ahnung, eine süße Biene oder so und dann habe ich an das Auge rangezoomt und da war so ein Mann. Das fand ich so unangenehm. Und dann kamen ja auch immer Kinder zu mir und dann habe ich gesagt, hallo, willst du einen Gummibash? Ich dachte, man darf nicht reden. Aber ist das nicht eine Regel, dass man nicht reden darf als Maskottchen? Oh, fuck, ey. Also Nina, da hast du, deswegen haben die alle geweint. Ja, man darf das nicht. Ja, aber wie soll ich, dann muss ich ja Mimik, ich wollte jetzt gestik sagen, Mimik machen. Nee. Das müssen ja immer so, ey, gestik, gestik, nicht Mimik, müssen die ja immer ganz viel machen, weil die ja nicht reden dürfen. Nina, hast du geredet mit den Leuten? Ja, klar. Das geht gar nicht. Und da war das als so, das ist ein absolutes No-Go. Als ich damals, ich erzähle die Geschichte einfach wieder, da war ich Maskottchen in der Fußgängerpassage, da kamen so drei coole Kids, gefühlt aus, also damals war ich noch in der Schule, gefühlt waren das so die coolsten aus meiner Jahrgangsstufe, die dann so zu mir kamen und ja nicht wussten, dass ich da drinnen stecke und dann so Fotos mit mir gemacht haben und sich über mich lustig gemacht haben. Und ich dann überlegt habe, ob ich mich zu dem einen hindrehe und sage, verpiss dich, du dummes Arschloch, so aus dem Hustinettenbär. Und ich das so ganz leise zu ihm geflüstert habe. Ich stich dich ab. Ich stich dich ab, wenn du dich nicht bald verpisst, Alter. Ja. Wäre eine gute Idee gewesen. Aber ist ja gegen den Kodex von Maskottchen, soweit ich das verstanden habe. Weil heute, da ist kein Wort gefallen. Und ich finde das aber unangenehm, wenn du dann siehst, dass da so ein Mann drin ist. Er war auch so ein Vogel, der Specht, den ich vorhin schon genannt habe, von der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft, der Specht, der immer mit seiner Begleitung, das war so ein kleines Mädchen, die hat ihn rumgeführt und der hat sich immer mit ihr unterhalten und dadurch, dass er sich so runterbeugen musste und das Loch zum sich unterhalten, also wo man ihn gehört hat, war Schnabel. Das sah immer aus, als ob der die fressen würde. Der Kopf von dem kleinen Mädchen war immer zwischen dem Schnabel. Es sah aus, als ob der gleich den Kopf abbeißt. Komplett lebensmüde auch, ja. Also es war eine, dann sind die alle noch in die Parkeisenbahn eingestiegen und eine Runde mit der Parkeisenbahn gefahren. Und eine Kapelle hat noch gespielt. Es gab Rostbratwurst, Kinderschminken und Langbaus. Die haben dann auch immer mit diesen, die Maskottchen waren ja teilweise auch so ein bisschen süffig und dann so verfilzte Haare und dann haben die mit diesen Handschuhen, wo so ein bisschen Fell dran war, immer so einem über die Haare gewuschelt und gefragt. Na gut, die können ja nicht fragen. Aber ich finde es unangenehm, ich will nicht angefasst werden von denen. Ja, oh, das habe ich gesehen. Das war vor allem dieser eine, dieser Sachsen-Leo. Das war ganz cool. Ne, der ging mir so aufs Schwein, bei dem man so schwach Kind wurde mit ihm. Sag mal, überall Kinder, wir mussten uns ja erstmal übelst strafen, das fand ich auch ganz geil. Wir sind angekommen, waren natürlich übelst hyped. Ich habe direkt für sieben Euro mir 200 Gramm gebrannte Mandeln gekauft, weil ich so war wie, es ist ein Event, ich nehme ja alles mit. Zuckerwatte, alles rangeholt. Eigentlich wollte ich noch zum Kinderschminken, habe ich die Zeit nicht mehr gehabt dafür. Ähm, und dann habe ich mich auch einfach direkt in die erste Reihe gesetzt und dann irgendwann war ich so, ah, okay, na gut, vielleicht wäre es ja mal nett, die ganzen Kinder vorzulassen. War komplett hyped und war so wie, hä, wer zuerst kommt, Alter. Und, ähm, da wurde ich dann nochmal zurückgehalten und der Mann hat es dann, also das fand ich, wah, weißt du, wenn du dann eh so, und dann kommt noch dieser Sachsenlöwe, das war wie so ein unangenehmer Typ im Club. Der Sachsenlöwe. Ja. Ja, ich habe ein bisschen die Hand von der AOK, die AOK-Hand habe ich vermisst. Den Fuchs von Schwäbisch Hall habe ich vermisst. Ähm, ich habe vermisst natürlich den Husti Nettenbär. Ja, naja, aber es waren auf jeden Fall trotzdem viele da. Ich finde auch, das Event ist interessant, aber natürlich, ne, das muss, und auch geil, weil es hat ein Typ, der das moderiert, und es war sehr schwer gefühlt, die Kontrolle darüber wiederzubekommen, als er dann einmal den Kleinkindern angeboten hat, auf diesem Podest mit den Maskottchen zu tanzen und dann war der immer so, so, haha, schön, ja. Die Eltern gerne mal die Kinder wieder von der Bühne entfernen? Danke, dann zwei Minuten später so, haha, schön, dass die Kinder noch da sind, wäre aber toll, wenn sie langsam von der Bühne könnten, dann wieder so, haha, die Eltern gerne nochmal mitarbeiten, gerne auch mal die Eltern, ja, gerne auch mal die Kinder jetzt runterholen. Also hast du richtig so gemerkt, wie da so, ihm entglitt so die Situation, die ganzen Kinder haben die Bühne gestürmt und die Maskottchen sind da übrigens freigedreht, also ja, da hast du gemerkt, das ist dann schon auch ein schwieriger Job, das Ding zu moderieren, weil ich habe natürlich geguckt, okay, was kann ich da machen, kann ich da mal, kann ich da mal live zocken unter dem Pavillon, ne, kann ich da mal moderieren, ich habe mir das natürlich alles unter dem Aspekt auch angeguckt und hätte schon Bock drauf, ne, sage ich ganz ehrlich, können ihr mich für anfragen, habe ich Bock. Das ist ein geiles Event, nächstes Jahr gerne wieder. Und ist an einem Feiertag heute, wir haben dann auch, gestern war ja Sonntag, da haben wir, da haben wir richtig schön, einfach nur den ganzen Tag, ich habe das Haus nicht verlassen, wir haben ganz viele Reste gekocht und gegessen mit ganz vielen Freundinnen und da habe ich eine Dokumentation geguckt über Triffelsucher und das war so, also wirklich, das lege ich euch ans Herz, das heißt The Truffle Hunters oder so und das ist so wholesome, also wirklich, das war perfekt, also das Setting, in dem ihr das gucken solltet, finde ich, ist so Regen, man ist zu Hause im Bett oder auf dem Sofa mit einer Decke und einem Tee und das ist so süß, da geht es um so ganz alte Opis, die so Trüffel suchen, schon seit ganz, ganz vielen Jahren und die so, meistens sind das dann auch so alleinstehende Männer, die haben so Hunde, mit Trüffelhunden, mit Hunden, gibt es auch, war in dieser Dokumentation, aber nicht der Fall und das war so süß, die hatten alle Hunde und die Hunde waren wie die Familie von denen und die sind immer mit denen im Wald und die waren auch übelst, die waren gefühlt, teilweise waren die 85 und sind da acht Stunden durch den Wald getigert mit ihrem Hund zusammen und das war so richtig, du hast gemerkt, die sind übelst gesund, weil die so viel an der frischen Luft sind und das war so eine schöne Dokumentation. Da ging es nur so um die ganze Branche generell, da gibt es ja dann auch so gruselige Sachen wie Leute, die Giftköder auslegen, damit die Hunde von den anderen sterben, weil wenn du einen guten Hund hast, einen guten Trüffelhund, da kommen dann teilweise auch Leute und bieten dir richtig viel Geld dafür an und da hat der eine dann auch erzählt, dass er dann zu dem Typ gesagt hat, na, ich kaufe deine Tochter doch auch nicht für so und so viel Geld, weil er quasi, das ist wie sein Kind, das sind Leute, die haben keine Frau, teilweise keine Kinder, sondern wirklich nur sich und die Hunde und das sind so, da gab es so eine Szene, da saß der eine in der Badewanne mit dem Hund und der Hund lag dem so auf dem Schoß und der hat dem so den Rücken geschrubbt und so italienische Lieder gesungen, das war so süß, also das empfehle ich wirklich, das ist eine absolute Dokumentationsempfehlung, das war so schön. Und du hast, du hast bestimmt wieder Trash-TV geguckt, wie ich dich kenne. Was hast du geguckt? Temptation Island. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich habe mit der Nina, die Nina guckt jetzt immer Trash-TV und dann waren wir zusammen unterwegs und da war Nina so, ja, ich zeige dir mal die Welt, da haben wir was angeguckt, das hieß Dated and Related, was natürlich Dated or, nee, Dated and Related, wo es darum geht, dass du mit deiner Schwester, das heißt, wir könnten da theoretisch auch teilnehmen, da gehst du in ein Date-Format mit deinem Geschwisterkind, mit deinem Bruder oder Schwester oder was auch immer zusammen dorthin und hast dann immer Dates mit der Schwester, also du hast quasi immer Doppeldate, deine Schwester ist immer dabei, hat ihr Date und du hast deine, das fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen unangenehm und das hast du mir gezeigt auf jeden Fall und ich fand ich irgendwie, ich, ich komme da noch nicht so ganz rein in das ganze Trash-TV-Ding. Ja, ich fand's, die Idee fand ich Hammer, weil da haben wir ja letztens erst drüber geredet, wie man das findet, wenn man mit Geschwistern feiern ist, ob man da so, ne, aber die Idee ist Hammer, aber es hat irgendwie nicht ganz, und ich finde es auch komisch, wenn dann Geschwister jeweils miteinander zusammen sind. Weißt du, was ich meine? Ja, das fand ich komisch, wenn wir jetzt mit, das fand ich ganz unangenehm. Ja, das, das. Wenn die dann auch verwandt sind. Aber die, der Ansatz der Sendung ist ja, dass du als Geschwisterkind das andere Kind ja besser beraten kannst, also ins Gewissen, dass jemand jetzt keine falschen Entscheidungen trifft, weil du kennst ja deine Schwester voll gut. Ach, die machen das auch damit, dass es so cringy wird, dass du beim Date dabei bist und so bist wie, uah, jetzt ist hier aber, weißt du, ich glaube schon, dass die das auch eher aus dem Aspekt machen. Ich wollte noch mal ganz kurz, ich würde gerne Thema wechseln, ich möchte nicht über meinen Trash-TV-Konsum sprechen, das ist mir, das ist mir nichts. Und ich habe noch, wir haben noch eine Einsendung gekriegt und wir haben ja letztens über das Oktoberfest geredet, da wollte ich dir noch ganz kurz was erzählen, damit du noch ein bisschen mehr Hass aufbaust gegen das Oktoberfest. Geht, läuft ja noch. Aber ja, meines Wissens. Und zwar habe ich eine Seite gefunden oder das wurde uns zugeschickt, ich weiß nicht genau, woher das jetzt letztendlich kommt, aber da geht es um Gegenbelästigung auf dem Oktoberfest. Das sind einmal Tipps für Frauen. Ach, das kenne ich, ja. Und für die Männer gibt es keinen Tipp. Für die Frauen Verhaltenstipps für Frauen. Sternchen, also Verhaltenstipps für alle Leute, die keine Cis-Männer sind. Und da steht, gepolsterte Radlerhosen für KellnerInnen unterm Dirndl gegen Krabscher. Dunkelroter Lippenstift gegen Kussjäger. Auf K.O.-Tropfen achten. Weil hellroter Lippenstift wohl eine Einladung ist dann. Keine Ahnung. Auf K.O.-Tropfen achten. Nicht zu viel trinken. Klar. Safe Space an der Theresienwiese als Zufluchtsort nutzen. Und lernen, richtig Nein zu sagen. Und um Hilfe zu rufen. Ja, das stimmt. Das ist ja nämlich auch das Problem von den Frauen selber, ne? Dass die dann, die Frauen müssen sich schützen. Du musst halt einfach nur richtig Nein sagen können. Und sind auch im Grunde, wenn du die Regeln halt nicht befolgst, im Grunde dann auch selbst dran schuld. Alter, das ist so. Nee, ich habe das auch gesehen. Und dafür Männer gibt es keine Tipps. Ja. Aber wenn Männer sich jemandem geholfen haben, können die Männer einen Wiesengentleman einen Preis für Zivilcourage gewinnen. Ich finde, ich habe das gesehen. Und die Frauen gewinnen nichts. Mir kam das Kotzen nur. Aber wenn die sich dran halten, passiert ihnen vielleicht nichts. Die Vorstellung, das ist so dumm gedacht. Das ist so zuerst, also bevor man denen Frau sagt, zieht ihr doch eine Radlerhose mit Polsterung unter deinen Rock. Aber das ist ja, kann man ja einfach mal die Typen da ein bisschen. Das passt doch zu dem Großen, was man, darüber wir auch schon gesprochen haben, dass man immer sagt, den Töchtern sagt, hier passt auf, wenn du auf den Dunkeln rausgehst und so, aber den Söhnen musst du sein Söhnen. Aber wenn ich auch sagen, ich habe keine Frauen dann, Alter. So. Scheußlich. Und dann gab es nämlich hier noch Tipps für Schwule, für schwulen Wiesengänger. www.oktoberfestportal.de ist die Quelle. Tipps für schwule Wiesengänger. Hier einige Tipps und Verhaltensregeln für schwule und lesbische Wiesenfans. Und da steht da so, darf ich auf den Wiesen flirten? Generell gilt eine gewisse Zurückhaltung auf der Wiesn. Nur für die. Nicht jeder Besucher des Oktoberfests ist so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann. Dann ist Flirten für Gays auf den Wiesen verboten. Nein, so schlimm ist es nicht. Jedoch gilt es als schwules oder lesbisches Paar auf dem Oktoberfest ein bisschen zurückhaltend zu sein. Warum? Nicht alle Wiesengänger haben Verständnis für eine offene Schwule oder lesbische Lebensweise. Ja, aber das ist doch das Problem von denen, wie, ich finde, das ist so kacke, Alter. Wie kann man denn sowas, offiziell ist das? Das Bierzelt ist jedenfalls nicht der richtige Ort, um den Menschen Begriffe wie Toleranz und Gleichberechtigung zu erklären. Also schön, lass mal die Politik zu Hause. Ich gucke gleich nochmal, was das für eine Webseite ist. Oh, das ist doch so dumm, Alter. Aber es gibt auch schwule Wiesn-Termine, steht hier, wo man sich bei einem schwulen Wiesn-Event in der Bräu-Rosel oder der Fischer-Veroni aufhält, kann sein Glück versuchen und auch offen flirten. Nur die männliche Bedienung in den Zelten bleibt natürlich tabu. Wo ich mich frage, wird den Männern auch auf der anderen Wiesn gesagt, die Bedienung ist tabu? Oder sagt man hier, oh, eine schwule Wiesn da, da machen die sich bestimmt auch an die Kellner ran. Ich hoffe, das wird den Männern auch so kommuniziert, die auf eine andere Wiesn gehen. Also das heißt ja Oktoberfestportal und das ist wahrscheinlich hier, sehe ich so eine Infoseite für die Wiesn in München. Willkommen auf unserem Oktoberfestportal München. Bei uns findet ihr aktuelle Neuheiten 2020 alle wichtigen Informationen, Termine, Serviceadressen, Tipps zum Münchner Wiesn. Und scheinbar gibt es da verschiedene Fragen. Da steht dann halt, ja, wäre cool, wenn du nicht offen mit deiner Freundin knutschst, wenn du selber eine Frau bist. Das ist doch so dumm, Alter. Ja, aber keine Ahnung, ich habe auch gar keinen Bock, mich jetzt noch drüber aufzuregen, weil ich will einfach nicht hin und ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde so, wenn man so, ja, also in einem Zelt brauchst du gar nicht mit Toleranz und so Weltoffenheit anfangen. Und ich würde als Veranstalter oder Veranstalterin denken, das sollte doch eine Grundvoraussetzung sein. Das ist ja nicht zu viel verlangt so, also dass man darf, dass was eine Grundvoraussetzung ist, dass das natürlich in einem Zelt stattfindet. Also weißt du, was ich meine? Die wollen einfach nicht, dass es da ein Austausch gibt, dass man da redet über, sondern da sollst du einfach nur hingehen, ganz, ganz viel Geld mitbringen, saufen. Nein, die entschuldigen Fehlverhalten, indem die sagen, naja, aber das ist wirklich der falsche Ort, über sowas zu reden. Dabei sagst du einfach, respektier mich als Mensch, lapp mich nicht dumm voll, wenn ich feiern bin, egal wer ich bin, was ich mache. Und die sagen, naja, aber das ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um da zu diskutieren. Das müsst ihr doch nicht jetzt ausdiskutieren. Du musst da jetzt nicht darüber reden. Und dann kriegst du aber Zivilcourage-Preis als Mann, wenn du was machst, du da dazwischen gehst mal oder so. Also das ist doch so, ich finde alles daran einfach nur ranzig. Ich finde das ganz unangenehm. Ich möchte, Mann, ich wollte so ein bisschen, es ist ja jetzt auch Herbst, mal über schöne warme Dinge reden. Was ist denn eine schöne warme Sache? Weiß ich nicht, aber ich habe einfach nur gemerkt, also erstmal, Herbst mag ich, weil im Herbst habe ich Geburtstag. Ich habe bald Geburtstag. Ich bin ganz aufgeregt. Und ich habe jetzt letztens… Auf Tour. Stimmt, Leute, wir gehen in wenigen Tagen auf Tour. Kauft euch noch Tickets, für manche Städte gibt es das noch. Oh, hallo! Und am 17., wenn Lotta, jetzt kommen wir wieder auf dich zu sprechen, wenn wir auf Tour sind, hat Lotta Geburtstag. Ja, was ich sagen wollte ist, das ist ja jetzt Herbst. Und ich habe letztens gemerkt, dass ich… Kennst du das? Wenn man manchmal merkt, dass man dann doch ein Tier ist, weil Menschen… Also, manchmal merkt dich das einfach so, wenn du sowas hast wie… Wenn du merkst, dass du doch ein Tier bist und kein Mensch. Na, dass man so… Ich kann es gar nicht beschreiben, das ist wie wenn du, keine Ahnung, bis Durst hast und dann trinkst du was und dann denkst, dann ist das wie so ein… Ich kann es gar nicht beschreiben, das ist wie ein Tier sein. Mir wurde gesagt, wenn ich zum Beispiel duschen bin, weil da ich verschütte immer so viel Wasser, dass das immer aussieht, als ob ich ein Hund wäre, den man duscht und der das eigentlich nicht will. Genau. Und ich merke manchmal, es gibt ja so paar animalische Züge, die man als Mensch hat, wenn man ganz so Hunger hat, dann frisst du das und dann bist du so, oh, jetzt kam mir gerade, jetzt kam mir gerade das Tier aus mir raus. Und ich merke das jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, dass ich so Nestbau gefühlt… Ich weiß nicht, es geht dir bestimmt auch so, es wird jetzt kälter und direkt habe ich so angefangen so, oh, ich muss hier in meinem Zimmer mal, ich muss hier mal ein Bild aufhängen. Ja, aber das ist auch auf einmal jetzt hier, hast du schon angefangen mit Heizen? Ich muss mal das und das… Bei den Temperaturen und dann noch die Heizung anmachen. Es ist einfach, ich merke einfach, dass ich wie ein Tier bin und gerade anfange, mein Nest schön zu machen für die kalte Jahreszeit, dass ich mich so gefühlt auf den Winterschlaf vorbereite, dass ich so kleine Sachen für zu Hause hole und dann hole ich hier noch eine Pflanze, dann mache ich mal wieder das. Also ich fühle mich da wie ein Tier. Ich habe letztens im Internet gesehen, dass es Hundekörbchen für Männchen gibt. Für Männchen? Für Männchen. 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 Also das habe ich gedacht, vielleicht gefällt dir, dass es einfach sinnlos ist, so ein kleines, rundes, runde, für einen Fußwund. Das klingt wie so fettig. Ein rundes Flauschbett. Klingt aber eigentlich ganz geil. Natürlich mit einer Umrandung einer Flauschbett. Klingt ziemlich geil eigentlich. Tja, und vielleicht willst du dir das mal ins Wohnzimmer legen. Was da, ich meine, ob du jetzt einen großen Hund hast oder einen Mensch, was dann das Menschenhundebett, äh Menschenbett, Menschenhundebett unterscheidet von einem Hundehunde. Ich habe, ganz ehrlich, mir ist gerade so ein Luftzug durch mein Gehirn gezogen, weil ich dem Satz nicht folgen konnte. Was unterscheidet ein Menschenhundebett von einem Hundemensch? Naja, ob du jetzt einen Bernhardiner Hund hast, der, wenn er liegt, ist genauso viel Platz ein, wie ein Mensch. Also was ist dann der, das frage ich mich einfach noch. Das ist ein sinnloses Produkt bestimmt. Ja, glaube ich nämlich auch. Aber kannst du mir trotzdem schenken an meinem Geburtstag, zum Beispiel 17. Oktober ist es date. Und ich bin wirklich, ich feiere ja sonst auch übelst, ihr wisst es, ich liebe Partys. Ich weiß, ich habe einen Geburtstagsmonat meistens. Ich mache ganz, ganz viel. Ich habe gefühlt letztes Jahr viermal gefeiert oder so. Und dieses Jahr, es geht gefühlt einfach nicht so richtig, dass ich was ausrichte, weil an dem Tag spielen wir in München. Und dann sind wir übelst lang auf Tour und sind so spät wieder da, dass dann ich mir komisch vorkomme, dann meinen Geburtstag nachzufeiern, weil es ist so Ende November gefühlt. Und dann ist es so, okay, ja, pff, du hattest Geburtstag vor zehn Jahren gefühlt. Und deswegen bin ich gespannt, weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Das ist so eine Neuheit für mich. Ja, am Mürtstand allen Personen auf jeden Fall immer sagen, hey, ich habe übrigens Geburtstag. Ja, ich erzähle das auch immer gern. Ich finde es schön. Ich komme mal rein und sage das gleich ein, damit dann niemand den unangenehmen Moment hat, wo man vergisst zu gratulieren und dann… Oder wir machen kein Konzert, sondern einfach eine Party. Ja. Also alle Leute, die das Münchenticket haben, sorry, aber ich habe heute Geburtstag, es geht leider nicht. Wir gehen einfach nur zusammen ins Kuddel-Dattel-Doo, Kuchen essen, zu McDonalds, in den Partyraum, habe ich mich eingemietet. Ja, das müssen wir mal gucken auf jeden Fall. Jump'n'Play, jump'n'Haus, jump'n'Haus. Das kann sein, dass das passiert. Ja, das kann sein. Ach Leute, das wollte ich dir noch erzählen. Letztens kam unser Opa zu mir und meinte, er hätte mal wieder versucht, eine Podcast-Folge zu hören. Ja. Und zwar hat er gesagt, ich habe hier diese Folge gehört, wo da stand in der Beschreibung, dass ihr rechnet, dass ihr da gerechnet habt und dann dachte ich, okay, also unser Opa ist Mathematiker. Oh nein. Doktor der Mathematik. Doktor der Mathematik und war immer sehr traurig, dass wir damit nichts anfangen konnten und extrem schlecht in der Schule waren in Mathe. Und dann hat unser Opa gesagt, ja, also ich habe dann angefangen, den Podcast zu hören, weil da stand ja, dass ihr da rechnet. Und da hat mich das interessiert. Oh nein. Und das war die Folge, wo wir zusammengerechnet haben, wie viele Menschen in ihrem Leben kacken müssten, wenn man die Kacke dann aneinanderlegt. Nein. Wie lange man brauchen würde, wie viele Menschen man brauchen würde, um eine Kacke-Kette bis, von Kenneth bis nach Berlin zu legen. Hat er das angehört? Ja. Ja. Und er hat mir das erzählt. Und ich war so, oh nee, da haben wir gerechnet, die Kacke-Kette haben wir gerechnet. Ach du Schott, der Arme. Wie viele Menschen kacken müssten und wie viele Leute man braucht, die lebenslänglich kacken, damit man eine Kette von Kenneth bis nach Berlin legt. So was. Ja. Das tat mir auch ein bisschen leid. Alter Leute, ihr wisst es ja, er versucht es immer wieder, aber der mag ja auch so Fäkalien überhaupt nicht, das ist so. Geht nicht. Oh, der tut mir so leid. Vor allem, weil wir das in der Beschreibung dann auch, wir müssen das eigentlich, ja, eine Fäkalrechnung mit beschreiben. Oben schreiben, ähm, Opa-freundlich. Ja. Falls, gibt es ja keine Folge. Ja. Dissert gibt es keine. Aber ich, ja, ich finde wirklich, oh Mann, der tut mir übelst leid. Ich war auch so, ah, nein. Und wir so, ihr habt gerechnet. Wenn, aber da haben wir doch selber gesagt im Podcast, diese Rechenaufgaben mal im Mathe-Abi. Ja. Weil das ist was, was wir sind. Ich stehe auch noch dazu. Aber ich bin nicht. Leute haben auch geschrieben so, hey, wir können das übrigens nachvollziehen, weil wir haben nämlich mal gerechnet, wie viele Leute in, äh, kacken müssten, um den Raum von unten bis oben damit zu füllen. So, die haben auch Rechenaufgaben gemacht damit. Oh, ey. Also das scheint einfach, die Frage ist ja immer, das beweist sich wieder so, ich kann mich wahrscheinlich für Mathe begeistern, die Aufgaben müssen nur so gemacht sein, dass ich, äh, dass ich anbeiße. Ah, das ist interessant, finde ich. Dass man einfach auch denkt, das würde ich wirklich gerne mal wissen. Ja. Ja, weißt du? Weil ich hab das nämlich bei, ähm, oh na, drei Fragezeichen. Die haben ja den, ähm, jetzt wird's ein bisschen nerdy, die haben ja den Fahrer, den Morten, haben die ja gewonnen für ein Jahr, weil der Justus geschätzt hat, wie viele, das war sowas wie ein Auto gefühlt oder es war irgendwas gefüllt mit Bonbons oder so. Nee, es war so ein Kanister mit Bonbons. Wie viele Bonbons da drin sind oder so. Und der hat das halt übelst krass ausgerechnet. Und damals weiß ich noch, dass ich das angehört habe und so dachte, das ist schon ein cooler Skill. Weil sowas gibt's ja immer mal, dass man so, wie viel ist da und da drin? Aber da hilft dir doch Mathe nicht, oder? Doch, der hat ja richtig krass so die… Der wusste wie groß so eine, so ein Süßigkeiten-Dinger, das hat dann das Volumen ausgerechnet oder was? Das ist schon geil, wenn man das kann. Finde ich, ist schon gut. Und deswegen fände ich es auch cool zu wissen, wie viel Kacke halt, um einen Raum zu füllen. Weißt du, das ist immer so, das muss ein bisschen anschaulich gemacht werden für die Leute. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil wir haben nämlich auch Besuch da, klar, über die Feiertage haben wir immer Besuch da. Und da möchte ich nur noch mal ganz kurz… Wir feiern heute nämlich noch mal richtig ordentlich den Tag der Deutschen Neuenheit. Da essen wir mal all das, was wir in der DDR nicht hatten. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, was mir letztens aufgefallen ist, dass wir haben ganz, ganz oft, also ich zum Beispiel habe ganz, ganz oft Leute zu Besuch und habe aber natürlich, weil ich ja, ne, ich habe natürlich kein Gästezimmer, wer bin ich denn? So. Und mir ist aufgefallen, habe ich das schon mal im Podcast gesagt? Nee, ne? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Das ist quasi wie, was es in der Welt gibt, es ergibt keinen Sinn, es ist schlimm, es ist muss geändert werden. Leute, die sich ein Gästezimmer leisten können, sind reich, haben aber keine Freunde, die darin schlafen. Also alle Leute, die so in so reichen Villen wohnen und so, das sind meistens unsympathische Leute und die haben nie Gäste da, aber fünf Gästezimmer. Und alle Leute, die übelst viele Freunde haben und dauernd jedes Wochenende Besuch da ist und die gehen alle zusammen feiern und so, sind broke und haben natürlich kein Gästezimmer. Und weißt du was? Ich meine, das ist ja ein Ungleichgewicht, was da da ist und da müsste man wahrscheinlich einfach mal zusammenarbeiten. Safe, Alter. Diese ganzen Adelshäuser, die haben sieben, acht Gästezimmer, aber keine Sau will doch diese Leute besuchen, die sind reich und unsympathisch. Aber denkst du, sie sind schon unsympathisch? Und unsympathisch? Dass du sagst, okay, ich habe ganz viele Freunde, aber sobald mir jemand seine Gästezimmer abgibt, habe ich plötzlich keine Freunde mehr. Nee, nein, nein, nein. Das ist ja wirklich einfach, reiche Leute sind ja meistens unsympathisch. Ich muss ja wirklich sagen, ich kann ja auch, es, ja, also ne, so Schnösel-Leute, das ist, also ich kenne keine Person, die übelst saulieb ist und ein Gästezimmer hat. Hm, sie überlegt gerade. Wirklich nicht. Und ich habe dauernd Leute hier, die müssen mit der Luftmatratze in der Fußritze schlafen. sausympathisch bist. Ja, ist so, weil ich diesen Podcast mache und jede Geschichte davon aufsage und auch ihr könnt das machen. Aber wie geil wäre es denn, wenn man Freunde hat und ein Gästezimmer. Also, ja, das ist mir nur aufgefallen. Das wäre ein Traum, ja. Und genau, deswegen müssen wir jetzt langsam mal wieder zu unseren Gästen gehen und, ja genau, dann helfen beim Isomatte zusammenrollen und, genau, Schlafsack einpacken und wünschen euch natürlich eine tolle Woche. Ich sag mal so. Wir sehen uns. Es ist viel los, ähm, bei der Band gerade. Es ist viel in der Mache. Ähm, wir können über nichts sprechen, aber ich sag mal so, stay tuned. Wir sehen uns auf Tour. Hoffe ich, ja. Vielleicht kommt ja was Neues. Bald war es, keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Tour sehen und, äh, genau. Wir erzählen euch natürlich, was passiert, aber dabei zu sein ist natürlich immer was anderes, denn da muss man dabei gewesen sein. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, Lotta, wie ist denn das ganz kurz, was organisatorisch ist? Wenn wir auf Tour sind, da machen wir trotzdem einen Podcast, oder? Ja. Ja. Ja, klar. Gut. Man hat doch mal Zeit vorher. Ich denk mal. Dann machen wir das. Klar. Also ja, doch, ich nagel mich nicht drauf fest, aber würde ich schon sagen. Wie wir Bock haben, wie wir es schaffen. Ich nehm das Equipment mit, sag ich mal so, wie es ist. Na, ist doch geil. Ähm, Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 115 des Grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blonde. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, kauft euch Teckel zu die Tour, supportet uns, indem ihr heute drei Emojis kommentiert. Übrigens, das muss ich nochmal sagen, man hat gemerkt, deine Ansprache, du warst sehr streng, ich hatte Angst, dass sie zu streng waren. Nein. Aber es hat was gebracht. Ganz viele Leute waren so wie, oh, stimmt. Ja, ich kommentiere das gar nicht. Viele Leute haben gesagt, Alter, ich höre hier jetzt seit, keine Ahnung wie viele Jahren diesen Podcast. Für lau. Und kommentiere nie. Ja. Und das ist das Mindeste, was ich eigentlich tun kann, haben die sich dann gedacht. Wenigstens kommentieren, damit die Menschen, die den Podcast machen, merken, dass da Leute sind, die den Podcast hören. Ja. Und das fühlt sich nämlich sehr gut an. Und, ähm, genau. Genau, deswegen, bleibt da dran, Leute, das ist sehr angenehm, das ist sehr schön. Was kommentieren wir denn heute? Heute könnte man kommentieren. Euer Lieblingsmaskottchen. Ja. Oder wo ihr findet, was ein geiles Maskottchen wäre. Ja. So was. Ähm, ja. Da würde ich mich freuen, weil, ähm, genau. Ich bin ja Fan, wisst ihr ja. Ja. Habt ihr ja mitgekriegt. Ähm, Leute, dann macht's gut, haut's rein. Äh, bis bald. Bis bald. Und baldi. Ciao. Ciao. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Hier sehen es den Abendgruß. Ehe jedes Kind das Pätschen muss, es ist ein guter Name. Um... Oh, it's the Sandman trap Sand 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 Vielen Dank.